So, weiter geht's, Xenoblack Chronicles im Wohnviertel, oder wir sind im Marktviertel, wollen jetzt Wohnviertel zu Fiorba retten, mehr oder weniger, wenn sie irgendwo in Gefahr ist. Ja, und ich denke mal, hier sehen wir jetzt was. Oh, Dunban, du kannst nicht mehr von Monado nehmen. Aber ich muss, ich habe keine Wahl. Ryan ist richtig, du kannst nicht weitergehen. Shulk. Dunban. Hey. This time, it's my time. Shulk, no, it'll kill you. Shulk. What's happening? What the hell? Wow, Shulk's pretty awesome. How could this be? Shulk is using the Monado. What was that? Shulk, more company. Ryan. Right. I got your back. Shulk, do you feel alright? I'm okay. But there was something strange. Just now, it was as if I could see into the future. Is this another power of the Monado? See into the future? What are you saying? Are you certain, Shulk? Yes. I see. I remember Dixon saying that the Monado had a hidden power. Could this be it? What? Don't think about it now. Just believe what the Monado showed you and fight! Yeah. Got it. Monado-Technicals are especially effective against the Monado. We fight with the Monado-Technicals with normal techniques and Monado-Technicals. Puh, that's the signs of the Monado-Technicals are also effective against the Monado-Technicals and Monado-Technicals are effective against the Monado-Technicals are effective against the Monado-Technicals. Don't think about it. Don't think about it. You're not invincible. Don't think about it. Ja, das war doch ein Ding. Das geht weiter, schön. Gut, dann wirzeln wir uns mal durch. Das brauche ich auch nicht mehr umwerfen. So, geht doch, super. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es gerade gesagt habe, aber wir können ja sogar die geheime Kraft des Monados einsetzen. Das konnte nicht einmal dann werden. Der Wahnsinn. Und wir gehen ja sogar falsch. Da geht's hin, aber... Kämpfen. So, ich mach mal das andere. Oh, das ist das. 100 Erfahrungspunkte. Nice. Vorhin um, vorhin um, vorhin um. Ja, das ist schön einfach. So mag ich das. Oh, Stark, hau raus, fertig. Und da wird alle auf einem guten Level. Kurz davor, ja, kurz davor geht's zu. Aber es läuft. Ja, komm. Klappt doch gut. Gut. Ich denke mal, eigentlich sollte man für solche Gegner nicht unbedingt seine guten Sachen einsetzen. Aber ich will da ja auch möglichst schnell durch. Keinen Bock ewig zu warten für so einen kleinen Pissgegner da jetzt. Vor allem der hat sich meistens so recht schnell wieder auf. So, kann ich jetzt beide auf einmal besiegen eventuell? Passt. Komm, Nächster. Oh, kein Ding. Das macht gerade richtig Spaß, so sich überpowert fühlen. So richtig überpowert, das ist geil. Das mag ich. Schade, dass es bestimmt nicht so bleibt. Ach, Mist. Aber komm, hier. Jetzt auch noch ein bisschen was schaffen. Das ist großartig. Das Mechum, es hat ein Gesicht. Das bedeutet nichts. Das ist richtig. Nicht wenn wir die Monado haben. So, der Mechum hat ein Gesicht, ja. Warum wundert das jeden so? Oh, fuck. Okay, der das macht ja... Ich glaube fast, jetzt haben wir schon eher ein Problem. Auf jeden Fall sogar. Das ist nicht gedacht, dass wir den besiegen können. Was? Was ist? Was ist? Die Monado! Das ist nicht gleich! Das ist nichtあー. Das... könnte... könnte das sein, warum das Monado nicht hat. Sure, gut, runter! Bleib zurück! Ich nehme es von hier! Nein! Du kannst es nicht mehr nehmen! Everyone! Get away, right now! Fiora! What? What did I just... Fiora! Get back! Ich werde nicht mehr Menschen verletzen. Wir werden Kolonien 9 retten! Was? 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 Fiora! Get out of here! Run! You want more? Oh! No! 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 Fiora! No! 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 I'll kill you! No! 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 Now's this! Worldly Splash! Now it's right time! Backflash! Born in the world of sight! Die! Shulk! Get back here! No! 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 Fiora! Fiora! Ja. Irgendwie traurig. Fiora ist tot und finde ich gar nicht gut. Und ja. Hm. Aber. Schauen wir mal wie es weiter geht im nächsten Part. Hier war Ollo.